Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Do-It-Yourself. Heute möchte ich mit dir eine Handpuppe bauen und zwar eine Klappmann-Puppe nach einer Anleitung von Adam Kruginger oder Adam Kreutinger, wie man ihn in deutschen aussprechen würde. Er ist ein sehr bekannter amerikanischer YouTuber und Puppenspieler und von ihm habe ich mir mal die Anleitung zu diesem kleinen Snoove, wie er es nennt, heruntergeladen und ich habe den Link dazu für dich und meine Videobeschreibung eingepackt. Dafür brauchen wir ein paar Materialien. Zum einen brauchen wir neben den beiden Schnittmustern noch etwas schwarzen Filz oder halt ein anderes Material. Ungefähr in der Größe 15 x 10 cm würde ich dir raten. Dann brauchen wir einen Stift, ist egal was für einen, sollte jedenfalls gut aus Stoff malen können. Wir brauchen eine Schere, wir brauchen eine Heißklebepistole, wir brauchen Knöpfe als Augen oder irgendwas anderes. Kann auch irgendwie Ping-Pong-Bälle sein oder was kann man denn noch nehmen? Also ich habe zum Beispiel immer Löffel genommen, bisher Plastiklöffel. Sind jetzt natürlich bald nicht mehr auf dem Markt erhältlich, aber das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Also seid ein bisschen kreativ und denkt dir aus, was man vielleicht noch als Auge nehmen kann. Was wir noch bräuchten ist halt irgendein Material. Das kann ein altes T-Shirt sein. Ich habe hier noch ein bisschen Vlies über von einem alten Puppenbauprojekt und das geht auch sehr gut zu nähen und es ist auch ein sehr schönes Material, wie ich finde. Das ist eine Möglichkeit. Ja und dann brauchen wir noch ein bisschen festeren Films, wenn du magst oder halt Stückchen Pappe tut es auch, das ist für das klappen oder später. Ja und dann brauchen wir noch am besten Nadel und Faden oder halt Hand in die Maschine, wenn du das hast. Wie es weitergeht, das zeige ich dir jetzt mal aus einer etwas näheren Perspektive. Als erstes schneiden wir uns mal einfach den Stoff zu für den Handpuppenkörper. Ich habe dazu hier meinen Stoff schon mal hingelegt, habe mir dieses Schnittmuster schon mal vorbereitet und jetzt ist wichtig, dass du nicht ganz an der Kante von dieser Schnittmustervorlage langfährst, sondern dass du ungefähr anderthalb zwei Zentimeter davon entfernt langfährst. Ich mache dir das einfach mal vor. Ich fange hier an einer Stelle an und dann male ich dann einfach, darf auch gern ein bisschen mehr sein, nur sollte relativ regelmäßig sein. Und dann fahre ich dann einfach mal hier so dran lang. Ich habe mir den Stoff jetzt bewusst so hingelegt, dass ich hier unten, hier ist die Webkante von dem Stoff, wenn du das auch hast oder wenn du ein T-Shirt hast, dann kannst du hier unten die Naht verwenden, dann musst du das nachher nicht mehr umnähen nochmal, dass es schöner ist. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Hier unten müssen wir das ein bisschen länger machen, das hat der Adam auch hier unten aufgeschrieben. Ich muss mir das erst ein bisschen umrechnen, weil leider die Amerikaner in einem anderen Maß rechnen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber kein Problem. So, wir brauchen das Ganze jetzt zweimal. Wir haben jetzt einmal diese Seite und jetzt müssen wir das einfach nochmal umdrehen, weil wir wollen auch noch die andere Seite. Du kannst natürlich auch den Stoff dir doppelt legen, dann sparst du dir ein bisschen Zeit. Und das war schon unser Handpuppenkörper. Dann schneiden wir das Ganze raus, ohne die Schere fallen zu lassen. Fehlt dir wirklich eine gute scharfe Schere. Wenn du hast natürlich eine Schneiderschere. Das muss keine Doktorarbeit werden, nicht 100% präzise. Ich hätte mir den jetzt auch echt doppelt legen können, aber ich zeige dir das einmal, wie es für einfache Leute besser geht, beziehungsweise simpler geht, wie für mich. Zudem hat man auch das Problem, wenn man es doppelt legt, dass es dann eventuell verrutschen kann. Dann muss man es erst einmal mit Stecknadeln fixieren und da habe ich persönlich meistens keine Lust drauf. So, das sind die Reste, die brauchen wir nicht. Was wir uns jetzt noch markieren sollten von dieser Anleitung ist, dieser Strich, der hier drauf zu sehen ist, den siehst du jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, ich mache den mal ein bisschen größer. Den müssen wir hier auch noch auf das Schnittmuster, äh auf den Wies übertragen. Und das Ganze auch nochmal hier, weil das nämlich die Mitte von dem Klappmaul nachher ist. So, okay. Und damit geht es dann weiter mit dem nächsten Teil. Nämlich mit meinem Klappmaul selber, ich habe mir das auch schon mal ausgeschnitten. Ähm, Adam hat es auch nochmal drauf geschrieben. Top ist halt, ähm, oben. Das heißt, da, wo unsere Vierfeger nachher drauflegen und ein Button ist, unten da, wo unser Daumen nachher reingreift. Einfach mit ein bisschen, ich habe jetzt hier ein bisschen Schneiderkreide, wenn man das immer ein bisschen besser sieht als äh andere Stifte. Klar, schwarzen Edding kann ich natürlich nicht nehmen, ne? Also Schneiderkreide ist dafür echt praktisch. Geht aber auch eventuell ein ähm, ähm, weißer Buntstift, wenn du sowas zu Hause hast. Ansonsten kannst du dir das auch so da drauflegen und dann kannst du auch einfach drum herum schneiden. Aber du musst kein schwarzes Klappmaul machen, du kannst auch gerne eine andere Farbe nehmen. Also das, was am besten zu dem Körperstopp von deiner Hattpuppe passt. So, ich schneide mir das Ganze gleich zweimal aus, weil ich das gerne auch noch im Inneren von dem Klappmaul haben möchte. So, das muss dann ein bisschen sich schöner anfühlen. So, hier oben ist noch eine kleine Spitze, die machen wir weg. So, ist jetzt keine schöne Arbeit, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. So, damit haben wir unsere Stoffe erstmal grob zugeschnitten. Jetzt kommt noch die Pappe, die wir brauchen. Da würde ich dir empfehlen, dass du dann die beiden Teile einzeln machst. Hier geben wir keine Nahtzugabe zu, da malen wir einfach so drum herum. Weil wir ja nachher hier keine Nähte quasi versäumen müssen. So, dann auch einmal hier nochmal die Mitte markieren, weil wir das Ganze auseinander schneiden wollen. Okay, und dann schneiden wir das Ganze noch aus. Dafür nehmen wir lieber eine Papierschere. Das ist übrigens ein bisschen festere Pappe, so wie man es halt von beispielsweise der Rückseite eines Blockes kennt. Also wirklich ganz einfache Materialien, die du vielleicht eventuell auch alle zu Hause hast. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich mache das gerne mal, dass ich mir das einfach nochmal vorher knicke. Also, man kann es auseinander schneiden. Man kann es auch einfach so lassen. Wenn du es auseinander schneiden möchtest, was ich immer auch ein bisschen schöner finde, ist beim Zusammenlassen, dass es halt so einen kleinen Widerstand gibt. Der gibt sich allerdings auch mit der Zeit, der wird nachlassen. Also, ich würde dir eher empfehlen, dass es wirklich so zusammen ist. Wenn Kinder das nachbauen, dann würde ich empfehlen, dass du das wirklich durchschneidest. Das ist dann einfacher. Dann kommen wir weiter zum nächsten Schritt, nämlich dem Nähen. Und dafür brauchst du Nadel und Faden. Als erstes nehmen wir uns die Stoffteile, die beiden großen und ich fange da an, wo im Prinzip die Oberseite des Kopfes ist. Und das ist hier. Hier ist ja die Mitte von einem Klappmaul. Und dann fange ich hier oben an. Ich lege mir das einfach zusammen, die beiden Stofflaken. Spanne das Ganze unter die Nähmaschine. Da muss man natürlich vorher noch Strom machen. Und dann geht das Ganze los. Ich verwende hier einen einfachen Steppstich mit normaler Fadenspannung. Da solltest du dann auch ein bisschen drauf achten. Wenn du dich mit einer Nähmaschine auskennst, weißt du was gemeint ist. Immer auch so ein bisschen darauf achten, dass die Lagen aufeinander liegen. Ich habe mich ein bisschen zu nah am Rand genäht, glaube ich. Ja, da muss ich nochmal lang nähen. Aber sowas kann auch passieren. Das passiert mir gerne. Wir machen mal bei dickeren Stoffen. Das sieht einigermaßen okay aus. Jetzt nehmen wir uns die andere Seite vor. Und zwar ist das das was im Prinzip nachher das Kinn ist. Hier sollte das Kinn sein. Und dann nähen wir das auch einmal zusammen. Wichtig ist wirklich, dass diese beiden Punkte, also die Öffnung vom Klappmaul, dass die wirklich direkt aufeinander anschließen. Was nachher an der Unterseite ist, also im Prinzip hier wo der Arm reinkommt in diesen Tunnel, wie weit das da übersteht, das ist egal. Wichtig ist wirklich dabei ein Klappmaul, dass du darauf achtest, dass es auch richtig zusammen ist. Das ist wirklich dabei ein Klappmaul. Also das Ganze ist keine Doktorarbeit geworden. Man kann das Ganze wirklich per Hand nähen, das ist kein Problem. So, jetzt lassen wir das so auf dieser Seite. Wie wir es im Prinzip auch den Stoff aufgemalt haben. Denn jetzt kommen wir zu dem Klappmaul selber. Normalerweise wäre es gut für das Klappmaul, da ich jetzt ein schwarzes habe, nochmal einen anderen Faden zu verwenden. Aber das ist wirklich nicht weiter tragisch. Was wir jetzt noch allerdings machen müssen, ich schiebe mal die Nähmaschine beiseite, ist uns eine Markierung machen, wo im Prinzip die Mitte des Klappmauls ist. Das LM hat hier oben eine Markierung gemacht, die wir jetzt auch noch hier auf unseren Stoff übertragen müssen. Dazu nehme ich mir nochmal meine Schneiderkreide und zeichne mir das einmal oben und unten nochmal an. Weil diese Punkte markieren nämlich, wo ich jetzt dann das Klappmaul im Prinzip anpassen muss. Ich muss jetzt hier, ich hoffe man kann das sehen. Hier oben ist die Naht, die wir gerade vernäht haben. Und hier ist die Markierung. Das muss ganz genau da oben sein, weil sonst passt das nachher mit dem Klappmaul nicht. Kann auch sein, dass es insgesamt vielleicht ein bisschen zu groß ist, ein bisschen zu klein, da musst du ein bisschen tricksen. Manchmal kann man das auch durch Stecknadeln vorhersehen, wie weit das Klappmaul zu groß ist. Aber ich mache das in der Regel so, dass ich keine Lust habe, das dann nochmal vorher mit Stecknadeln festzustecken. Und meistens klappt das dann auch. So. Dann machen wir das einmal hier drunter. Und wie gesagt, das geht auch alles per Hand. Mit ganz viel Liebe kann man das gerne machen. Allerdings bin ich kein Handnäh oder von Handnähfreund. Jetzt versuchen wir hier noch die andere Markierung zu finden. Und da merke ich doch schon, dass es doch ein bisschen zu groß ist das Klappmaul. Ich habe jetzt gerade off-camera nochmal so ein bisschen das nachgeschnitten, weil das einfach nicht gepasst hatte. Und zwar habe ich das ungefähr mit 1cm Nahtzugabe jetzt gemacht hier an den Rändern. Und das passt jetzt hier deutlich besser. Also da musst du echt vorschauen. Also ich rate doch dazu, dass du das Ganze mit Stecknadeln absteckst, um sicher zu sein. Dass es dann mal wirklich passt. So. Bin mal gespannt, wie das jetzt bei mir weitergeht. Ob das dann jetzt hier so ist, wie ich mir das erhoffe. So. Also meine Nähkünste sind heute echt nicht die besten. Um das zu entschuldigen, normalerweise kann ich das ein bisschen besser. So. Und hatte schon die Befürchtung, dass der untere Faden alle ist. So. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Sieht doch schon ganz okay aus. So. Dann drehen wir uns das Ganze auch nochmal um. Und ja, es ist doch besser geworden, als ich gedacht habe. So. Wir ziehen das mal wieder zurück. Weil jetzt kommt nämlich das Klack auf. Dann stellen wir die Nähmaschine für zur Seite. Und zwar. Ich drehe das mal einmal so, dass du das auch gut sehen kannst. Dann brauchen wir jetzt unsere Pappe. Da gucken wir jetzt nochmal vorsichtshalber, dass es auch so alles passt. Genau. Das sieht gut aus. So. Dann werden wir jetzt mit dem Heißkleber arbeiten. Wenn du noch jünger bist, wenn du quasi ein Kind bist und den Umgang mit einer Heißklebepistole nicht geübt bist. Setz dich bitte mit Mama oder Papa hängen. Und mach das Ganze zusammen. Weil man kann sich echt tierisch die Finger verbrennen. Ich weiß wovon ich rede. So. Die Heißklebepistole. Also kleiner Tipp von mir. Ich nehme mir immer gerne so ein Stückchen Bapppapier und lege da die Heißklebepistole drauf. Weil dann hat man nicht das Problem, dass der Heißkleber dann an irgendwelchen Oberflächen noch haftet. So. Wir fangen mal an. Wir knicken das hier so ein bisschen ein und dann machen wir einfach mal ein bisschen Heißkleber. Und ruhig auch bis an den Rand hier drauf. Und dann setzen wir das Ganze so drauf, dass es relativ gleichmäßig ist. und streichen das hier hinten so ein bisschen mit Hilfe des Vlies glatt. Übrigens noch ein kleiner Hinweis. Falls du hellen Bastelfilz verwendest, die sind dünnen. Da ist es oft so, dass der Heißkleber durchscheint. Das heißt, da verändert sich dann die Färbung, die Oberfläche. Und ja, das sollte man halt wissen, wenn man helleres Material hat. Also auch bei Baumwollstoffen, wenn du das Ganze jetzt mit einem T-Shirt machst. Dann solltest du das aufwischen, dass es wirklich durchscheinen kann. So. Dann nehmen wir uns jetzt die andere Seite. Die ist jetzt die letzte Seite schon ein bisschen abgekühlt. Und dann machen wir auch wieder gut Heißkleber hier drauf. Wirklich auch ganz nahe bis an die Ränder, damit das auch wirklich nachher überall haftet. Und dann drücken wir das Ganze fest. Also hier auf dieser Seite von dieser Pappe, von der Rückseite eines Blockes, das ich jetzt habe, da verbrennt man sich nicht so schnell. Nur man sollte man halt nicht die Finger zu lange auf einer Stelle haben. So. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Heißkleber bekommen, aber das war nur halb so schlimm. So. Wenn du jetzt möchtest, dann kannst du hier jetzt nochmal ein bisschen Filz aufbringen. Ich mache das Ganze jetzt auch nochmal ein bisschen kleiner, dass es ungefähr so groß ist wie unser Vorlage, unser Schnittmuster. Und dann kleben wir das nochmal drauf, weil ich finde das immer schöner, wenn das ein bisschen länger hält. Weil durch Schweiß und sowas alles reduziert sich natürlich auch die Haltbarkeit von der Pappe. Du kannst da übrigens auch statt Pappe Isomatte nehmen. Ist auch eine gute Möglichkeit. Wenn du eine alte Isomatte hast oder so, ist das eine andere Idee noch als Pappe. Ist vor allen Dingen auch eine andere Idee. So. Und jetzt brauchen wir noch ein Stückchen Stoff, damit wir uns gleich die Finger verbrennen. Wenn wir das dann nämlich hier nochmal aufbringen. So. Vor allem hat der Filz auch die positive Eigenschaft, dass du weniger schnell wegrutschst. So, jetzt einfach hier so ein bisschen fest. Das geht schon von der Hitzeentwicklung. Und dann auch vielleicht noch so ein bisschen in die andere Richtung biegen, weil unser Klappenmauer geht ja nachher so im Prinzip. Okay, dann können wir es schon umdrehen. Und unser Snoophe sieht ja schon ganz gut aus. Also das Klappenmauer ist, ja man sieht so ein bisschen, dass es hier so ein paar Falten sind, aber ich denke das ist trotzdem eine super Sache. So, jetzt fehlen unserem kleinen Snoop noch Augen. Und dafür müssen wir uns aber überlegen, wo wollen wir die Augen denn hin haben. Ich ruhe mal gerade meine Augen, wo habe ich die denn hingelegt. Die sind natürlich hier. So, die Augen. Okay, wir können dann eins hier hin machen. Natürlich schlecht, dass wir die nicht richtig fest machen können. So, wir machen das mal anders. Eins vielleicht hier. Und eins da. Doch, das sieht schon ganz gut aus. Also man kann sich so ein bisschen an der Mitte orientieren, an dieser Naht, die hier ist. Ich hoffe, du kannst es gut erkennen. Das ist ja die Mitte und da sollten die Augen halt einigermaßen symmetrisch sein. So, wir können uns das jetzt auch noch so ein bisschen markieren. Entschuldigung für meinen Arm im Bild. So, wir machen jetzt einmal da eine Markierung. Und dann gucken wir mal, das ist auch noch ungefähr. Ja, dann müssen wir hier noch ein bisschen weiter rüber. So. Und dann können wir auch wieder ruhig ein bisschen heiß hier arbeiten. Zack. Du kannst natürlich auch gerne die Knöpfe festnähen. Auch so ein bisschen aufpassen bei den Knopflöchern, weil da kommt der Heißkleber auch gerne raus. Und dann noch das andere Auge. Und dann noch ein bisschen weniger Heißkleber nehmen. So. Und vielleicht auch ein bisschen weniger drücken anders. Weil dann kommt der wahrscheinlich auch weniger stark raus. So. Das Schöne sind immer diese Fäden beim Heißkleber. Ihr kennt das nicht. So. Und damit wäre unser Snoop. Schon. Ja. Eigentlich fertig. Ich wechsle mal die Perspektive und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Das war das kleine Video über die Herstellung eines einfachen Snoves. Ich hoffe dir gefällt dieses kleine Bastelprojekt und du hast großen Spaß das nachzumachen. Wenn du es gerne etwas aufwändiger machen willst, dann kannst du dir gerne auch so etwas machen. Das ist dann nochmal eine verbesserte Version von dem Snoves mit einer kleinen Nase. Augen aus zwei alten Kunststofflöffeln. Und ja das Horn habe ich aus Filz gemacht mit innen drin einer kleinen Wollfüllung. Da geht aber natürlich auch Kistenfüllung. Also sei da echt kreativ was das angeht. Du kannst natürlich auch gerne Haare machen irgendwie aus der alten Besen, Borsten. Das ist also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ist natürlich nochmal ein großer Unterschied zu diesem Snoves hier. Und ja, mich würde es freuen, wenn du die Handpuppen, die Klammerpuppen nachbaust und vielleicht sogar deine Fotos von deiner Klammerpuppe bei uns im Handpuppenforum teilst. Den Link dazu findest du übrigens auch in der Videobeschreibung. Da kannst du übrigens auch deine eigenen Handpuppen einmal vorstellen. Wenn du Spielideen hast, darfst du dir gerne auch einmal präsentieren. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Ich sage tschüss, alles Gute, dein Anders.